Serienfahrzeuge Vorletzter Lauf des Jahres 2009 zur NBDHV-Meisterschaft Ich sehe auf jeden Fall in diesem Verlauf Ich sehe auf jeden Fall in diesem Verlauf Ich sehe auf jeden Fall in diesem Verlauf Auf Platz 2 Aber Da ist Ansgar Töben schon am Platz vorbeigegangen Und der Dieter Behns Auf 4 Also die 201 von der 208 Und von der 1101 Dieter Behns Die 330 Dann bis 606 Das ist Uwe Ahlers Der hier angreift Der Dieter Beans angreift Uwe Ahlers Auf 4 Uwe Ahlers Ist an Dieter B Vorbeigezogen Auf Position 4 Hinten und weiter in den Voller 1 Der Team Wilkengas Und jetzt Die 666 Auf Platz 2 Der Anonika Uwe Ahlers Jetzt da Mit der Voller 1 B-Randsgatöben aber jetzt vorbei Uwe Ahlers Neuer 2 Er bietet auch sofort die 211 Das Team Wilkengas angreift Dann deutlich schneller unterwegs Und Ist dran Und Setzt sich daneben Uwe Ahlers Winter 666 Neuer führender Der Vorbeigezogen Vorbeigezogen Laufbeigezogen Die Vorbeigezogen Und jetzt noch, der Freihrund zu Uwe Adlers fliegt bis zu 300 kmh, 300 kmh, 300 kmh, 300 kmh. Und Uwe Adlers mit Problemen. Uwe Adlers kommt da von der Strecke ab. Uwe Adlers fällt aus. Im Frühling, das ist bitter, Uwe Adlers. Sie hebt jetzt das Tempo wieder auf, aber war von der Strecke. Im Frühling, die 201, das Zielmöglichen gab, ist die Inführung vor Ansgar, drüben, vor der 1101, dann die 208, dann müsste es die 201 sein, Dieter Behns, auf Platz 4. Dieser Behns, vierter, aber führter, Rökelgast, die 201, führte den Entlauf an, führte ihn an, und geht jetzt in die letzte Runde. Rökelgast, in die letzte Runde, ein führter. Und Aska Dölgen, kommt auch nicht dran. Wilken gab's in Führung. Dieter Lampa hat schon mal die Fahne rausgeholt. Dann binden wir zum letzten Mal den Entlauf der NDR-Vormatik ab. Und das reicht für die Zollerei zum Entlaufstieg. Zum Sieg im Rückstede. Die Wülkegab gewinnt von der Hüfterei in Sankar Dürf. Ja und dann scheint mir Dieter Behns auch bereit zu sein. Das war also der Endlauf für die Zollerei und die Tourenwagen. Das war also der Endlauf für die Zollerei. Das war also der Endlauf für die Zollerei. Das war also der Endlauf für die Zollerei. Die Zollerei. Das war also der Endlauf für die Zollerei. Das war also der Endlauf für die Zollerei. Vielen Dank.